um dumm dumm urensohn moin leute und herzlich willkommen zum ersten live commentary von mir und dem lieben mark um er hat mir das ist eine tolle begrüßung natürlich abgeliefert Prozent ja auch noch mag ich bin schon dabei aufzunehmen werden auf jeden Fall die hier sind die die er hat ja wir mit Krieg mal kriegt es sehr massiv auf was soll man es geht auch noch 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 nicht wirklich auf noch nicht wirklich auf dann musst du mal Julien fragen wie du dich aufgeben kannst ja klar aber trotzdem wir haben ein Tierarzt los zu Pappnase hacken Haken, Haken, Scheiße. Müssen wir eigentlich? Ja, ich bin bei B, ich hack das gerade. Warum sitzt das Haken? Was, hast du einnehmen müssen? Alles soll löschen hier. Ja, wir haben jetzt A und B. Ich weiß, ich war ja dabei. Ja, du Pappnase. Mehr, aber über welches Zimmer? Los geh, down. Hast du ihn erlebt? Nein, ich bin down gegangen, der Zweite hat mich geholt. Ja, Mark. Du bist ja jetzt neu auf Gaming Dark Souls gekommen. Wie findest du das hier bei mir? Das ist richtig. Bis jetzt, ne? Genau. Der Scheiß-Parkon kommt wahrscheinlich erst mal, wenn ich arbeiten muss. Tja, also ich denk mal, die Leute wollen ja auch mal gern mal ein bisschen Videomaterial von dir sehen. Bestimmt. Alter, jetzt hab ich ihn drauf, jetzt hab ich ihn drauf, jetzt hab ich ihn drauf. Ja, die wollen. Also ich, also wir beide sind gerade auf Platz 1 und 2, ne? Also von daher. Ja. Ja, wir beide. Also wir machen die gerade hier ein bisschen nass, die Gegner. Ne, auf jeden Fall. Ja, scheiße, dass ich jetzt nicht aufnehmen kann, weil jetzt haben wir gerade so einen guten Glauben. 97, 12. 4. Also ich hab jetzt C eingenommen, ne? 1. 1. 2. 2. 1. 3. 1. 2. 1. 3. 1. 1. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Haben die eben auch nicht rausgemacht, hab dir ein Ausblick gemacht, hat mir einfach n Rücken gekauft. Naja, auf jeden Fall, wir beide Platz 1 und 2. Was, wenn man mehr, ne? vorhin, wir müssen doch Platz 1 gehen, sonst muss ich mir das mal erklären. Weil ich das kann. Hallo, ich bin der bessere Zocker von uns beiden. Das hättest du gerne, wo war läufst du, na? Von deiner Mama, das weißt du doch. Ja, das hättest du doch. Oh, nein. Ich muss mir immer bessere Waffen brauchen. Ey, die hätten gerade alle, das weißt du, na? Ja, ich weiß, aber ich bin hier gerade... Ich hab's nicht, da? Nö, ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt mit ein paar Gegnern. Okay, jetzt nicht mehr, irgendwie... Ja, ich bin down. Alter, scheiß Schafssitzengewehr. Ne, auf jeden Fall... Wir sind auch voll dabei, irgendwie zu verlieren. Ja? Ja, guck doch mal, 400 noch was Punkte an die Gegner. Oh, nicht. Mit oder nicht? Ja, toll, was hat der gerade versucht? Sitzen da wer bei... C und versucht, das einzunehmen und ich spawne da gerade. Mach gerade so viel Fils. Ja. Und er hat mich in den Tafel zu gehen, da. Ja, aber... Deine Meinung jetzt zu dem Spielwasser hier gerade zocken. Wie findest du das? Wenn du mich gerade aggressiv machst, bist du dann nicht gut. Ja, es macht schon Bock. Vor allem, äh... Die Grafik ist auch recht angemessen, also nicht zu schlecht. Man kann's... Ja, das ist weg, aber ich kann ja... Herr, wecker auflösen, zocken dann bitte. Was? Aber du kannst... Wie, nicht schlecht. Die ist eigentlich... Er sollt's ein paar anderen spielen. Ja... Ich hab's harmlos ausgedrückt. Ich zockt natürlich auf höchste Auflösung, man. Oh. Ich kann's natürlich schon mal auf. Oh. Gibt dir hier gar keine Hilfe, ne? Ich will keine Tafel. Ich will... Nein, ich ziehe Wasser natürlich weg. Ja, bei mir leckt es nur hin und wieder, weil ich halt ne scheiß Internetleitung hab, ne? Alter, wie... Hey! Ich will doch die Tafel, mir geht ganz gut. Alter, wie hast du dich bitte auf Platz 1 gecheatet? Ich kippe, das ist ein Verarschen. Ja, du bist Platz 1, man. Äh? Hab ich jetzt dich nicht mal mitgekriegt? Doch, doch. Ne, jetzt bist du Platz 2 nur noch. Platz 1? Ein anderer Typi. Der hat 200 Punkte mehr als du. Nein. So, was ich aber auch geil finde, dass du hier so gesehen einen kleinen Wallhack hast. Wallhack? Ja, das mit V. Ach ja. Ich hoffe, ich kann nicht wieder Wallhack vertreten, ne? Ja, trotzdem kann man so gesehen mit bezeichnen, weil du kannst... Du scannst halt die Leute. Ja, also mittlerweile bin ich ja bei 15 Kills. Also, die Runde ist richtig geil, grad für mich irgendwie. Also, allgemein für uns beides ist die Runde irgendwie grad ziemlich gut. Es liegt alles an unseren... Du wärst ganz schön angekriegt. Ja, das liegt alles an unseren Fans hier auf YouTube. Ja, aber sie kannst mir mit weniger Tode haben als ich. Was? Du kannst mir mit weniger Tode haben als ich. Weil ich's kann. Ich hab's über einen Film mehr als du. Äh... Äh... Alter, ich mach die ganze Zeit Spawn-Trapping. Oh, warum? Warte, ich bin hinter dir. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Mein Typ kann nun mal nicht so schnell laufen. Vielleicht ist das Schiff, dann sind wir ja. Ja, gib mir mal Deckung, ich hacke. Hab ich auch gerade und ich bin da weiter weg. Ha, Niederlage. Fuck. Wollen wir jetzt einen Kill gemacht? Ja, ich wollt grad noch mal einen Kill machen. Alter, nee, ne? Da gibt's einen Opern Gundam-Style-Tanz sogar. Das muss ich auch das sagen. Genial. Nee, auf jeden Fall. Verwähig. Äh, das war's dann mit unserem Live-Commentary zu dem Spiel. Marc? Dein Part? Ja. Ich war einfach über dir. Ja, okay, das war's auf jeden Fall mit unserem Live-Commentary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das mit dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und was noch macht, Marc? Ähm, gefällt mir drüben. Äh, nee, äh... So ist es. Und noch ein bisschen verbreiten halt, ne? Damit wir noch größer werden, damit noch bessere Videos kommen können. Und, 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 und. Also, bis dahin. Euer Darkseid. Und der... Habt. Haut dir Rehn. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.